So, nochmal voller Fokus. Ist jetzt aber nicht offizieller Hamburg-E-Sports-Verein, oder? Ich kann dir das leider nicht sagen. Ich glaube, die von Aachen, also das erste Spiel, die waren es schon. Und ich glaube, in der anderen Dreie ist auch der E-Sports-Verein vom VfB Stuttgart. Also, die sind, glaube ich, alle legit. Bei denen... Ich weiß es nicht. Panboys. So, schaut, ob sich jeder bewegen kann. Perfekt. Jawohl. Positiv. Let's fett, konzentriert, rein da. Ach, komm. Oh, fuck. Schade, schade. Einer von uns, aber keiner von uns auf Fokus-Kassier. Schön zuständen. Sehr gut. Wenn die sowas machen müssen, sehr gut. Oh, so viel Power on that is crazy. Ich hab's gesehen. Nice. Schade. Ah, ist Abseits, ja, ja, doch, wo ist er, hast du, ach scheiße, ah, er war's, ja, ja, war doch am Bein, da ist doch das Abseits auf hier oben, Mann, wir haben programmiert das Spiel, aber Okay, close. Very good, Lebeck. Very good. Den aufpassen, der steht alleine. Come on, shoot. Ja. Coming behind you. Schön. Come on. Oh, he doesn't get the animation cancel either. Fuck. Ja, hier, die droid schon. Hallo? Ja, hallo. I can't move. Print it back to the back. Okay, good. What have we? Back to me. Ah, nice, yeah, good. I tried passing inside, doesn't work. Shit. Shit. Running, uh, Chris. Ah, shit. Brava. Raus. Schön, genau so raus, genau. Sorry. Gut, gegen drei kann ich nix machen. Richard, middle. Ja, good. Good luck. My road pressure? Ja. Nice. Jawohl, Konter ist unser. Boah. Oh, schade. Haben wir noch. Haben wir noch. Yes. Jawohl, Jungs. Bravo. Schön, das Ding. Nice shot. Hast du schön rüber hinten. Wunderbar. Danke. Ist auf, Leon. Ja. Ah, ich dachte, er läuft durch und dann kommt er leider. Ah, ich hab ihn oben. Nice. Ah, nice. Oh, weiter, 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 weiter. Hm? Schade. Mann. Ist mir immer schade. Oh, fuck, die Lücke ist groß. Mal aufpassen. Nice. Dominik, du musstest mal eine Position nehmen. Ich war nach hinten. Oh. Oh, fuck. Ich bin nicht spät. Ich bin nicht spät. Das war zu schwer, Rune. Long ball, long ball. Long ball? Yellow. On the left, on the left. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, ich werde das auch spielen. Nice. Ich bin parallel. Oh, jetzt kommt zurück. Mitte ist frei. Nice. Weg, weg, weg. Nein. Ich bin frei. Schön. Chris geht du. Ich bin da. Oh, jetzt ist ... Ja ... Schön. Wir sollten vielleicht auch mal über die Mitte spielen. Äh, nochmal, ey, Kowa. Oh, fuck. Soll ich auf Dominic gehen? Ja, ich habe es nur gedacht. nein es ist gut verteidigt ich dachte gerade Bisschen wir bei den Mittelspielen. Bisschen wir bei den Mittelspielen aus. Ist grad nur lang durch außen. Sorry Dominik. Haben die schon durchschaut auf die eine Seite? Nice. Ich lauf unten. Bin hinter dir. Zurück. Boah, alles voll, ey. Nicht alle vorsprinten bitte, ne? Denkt an die Absicherung. Warte. Nach hinten. Ah, fuck. Hat er gut gemacht, sorry. Was? Gut, der ist heftig. Aber schon. Müssen wir auch vor den Gondern aufpassen, da sind sie halt. Die gehen nur auf Gondern, ja. Ja, ja, ja. Wir müssen ein bisschen defensiver stehen. Wir waren da gerade nur noch zu zweit hinten gegen vier von denen. Ja. Hätten wir den Ball jetzt im Angriff verloren, wäre es immer 1-1 gewesen. Ja, true, aber nicht zu weit nach hinten. Ich bin f***ing crazy, weil wir so split apart. Ja, ja, ich bin auch. Super far away. Ich will meine Samina anschauen, holy shit. Ich muss eigentlich raus. Ich habe die Perk, so ich bin okay für das, aber ja. Oh, okay, okay. Geh, nicht zu weit nach hinten, ist was ich zu sagen. Try to hold the middle line. Okay. Also, eine Halbzeit noch Fokus, auf geht's. Die Hammer drin. Bereit. Bereit. Ja, Nova. Ja. Ah, also, Schwarzbild. Schade. Ja, nicht. Aber wir hatten gerade Schwarzbild. Geht's wieder? Ja, ja, geht wieder. Ja, hoch. Oh, jetzt werde ich wieder raus. Schade. Schade, ich muss voll Spahn kriegen. Egal. Ich habe den süßen hier in der Mitte. Achtung, ich habe wieder zwei. Ja, sehr gut. Stark, stark. Oh. Kein Problem. Raffi ganz oben dabei. Mach alleine, mach alleine, mach alleine. Geh. Jehoi. Cooler, cooler Jungs. Danke. Jawohl, Jungs. Sehr, sehr schöner Konter. Starker Pass, Nico. Ho, die Schöne. Zern und ich haben Connection. Danke für den Post. War ein schöner Pass, Nico. Wunderbar, ja. Du gemacht, Nico. Okay. Okay. Du gemacht, Nico. Wollte ich unbedingt. Na, shit. Haben wir noch, haben wir noch. Oh, Zuckerball. Ja! Ja, ja, ja. Abseits, oder? Nee, war Abseits. Nein, 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 nein. 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 Da kann man den auch nicht durchdecken. Der war geil. Außenriss noch. Sehr stark. Aber konzentriert bleiben. Ja, ruckzuck. Machen die auch drei Tore. Bei dem Fokal ist in der Abwehr. Brauchen wir. Nice. Ach. Ich geh in den Driftraum. Geh aus der Hau. Ja. No, ist weg. Sorry, Jungs. Ah, geh du, Chris. Ich bin tot. Oh. Ich bin tot. In-game. In-game, ja. Oh. Oh. Schön, oh? Oh. Oh, schau doch. Okay. Okay, wir haben. Raffi, lauf. Ja, ja. Oh, schade. Oh. Komm, weiter Druck, die Hammer. Oden, Oden, der kommt oben. Ja, ich... Das geht mal runter. Das geht mal runter. Wir haben mich halt um zwei kümmern. Ja, war eigentlich für dich gedacht, ja. Nee, bleib immer oben. Ich hab den noch. Ich vertrau. Vertrau. Sagt er so leicht. Oh, schütz. Gut, Lebeck. Ist mir zu riskant, da zu tacklen. You got a 13? Na, twin. Ja, pass auf, nicht dass er kurze Posten macht, ja. Ja, ich steh noch am kurzen Posten. Hinten, hinten, nur Chroms, dann noch mal. Ja, den mein ich. Nice. Ja, ich steh noch mal runter. Ja, ich steh noch mal runter. Ich gehe wieder zurück. Mittel. Ach, mach mal. Äh, Noah. Ja. Ich kann move. Warum das so manchmal passiert? Lassen aus. Aber schön gelaufen, Leon. Ja, schön, schön, schön. Long ball, maybe? Lassen aus. Lassen aus. Lassen aus. Lassen aus. All the way right. To the line, Ruffy. Weiter raus, Ruffy. Weiter raus, Ruffy. Right, to the right, to the right. Ja, 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 ja. Shit, that's not right. Right. I'm sorry. Right, right. Holy fuck. And plus, it was good Lebeck. No problem. Lassen aus, ich hab's nicht gelaufen. Ja, du musst, versuch immer Richtung Außenlinie rechts zu gehen. Dass du das Spiel breit machst. Ich muss unbedingt meine Radar bisle. Nein. Kommt, krass. Haben wir, haben wir. Schön. Komm, gib mir bei, ja. Und du hast. Ah, schlag, tschau. Also. Oh, Digga. Ich geh kurz nach vorne, also ich mach zu. Ich hab den hier, ich hab die elf. Du machst die zu, genau. Okay, ich werd jetzt wieder zurück. Ja, okay. Hier sind zwei in der Mitte. Auffassen, der Glatzkopf ist im Abseits. Bin da. Rückraum. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Alles. Gut. Nee. Der hinten, nicht der hinten. Der hab ich. Und der große hier. Nimm du den hinten. Das wird, okay. Mann. Der mech, neil. Hab ich. Schön. Kurzer Pfosten, bitte wieder aufpassen. Ich kann den großen nicht machen. Der da hier. Bei dem ich bin. Ich. Ja, ich komm raus. Kleiner, Dig. Weg. Jawohl. Okay, schön. Ich komm, ich kann mich nicht kontrollieren. Nö. Jawohl. Stark, Leon. Gut gesehen. Lauf, Profi. Gut macht, Maurice. Den Bodyblock. Das war sehr geil, Maurice. Wollt, ich bin oben dabei? Ich befreie. Ja? Wow, das ist das. Yes. Oh, Jungs. Stark. Das ist ein Pass. Krass, Gott. Immer der Torwart macht er. Der stand hinten im Tor, aber. Der hat nur noch der Stuhl gefehlt. Thank you guys for this goal. Avis safe. Very good, Lebeck. gesetzte atura das ok Oh, okay. Das ist gut, man. Ich bin komplett tot. Mann, gib mir doch noch ein Tor. Gib mir doch mal ein Freixoß. Raffi. Oh, schöner Laufweg. Tor. Ja, Raffi. Du bist der Beste. Ich wollte den Sven so spülen. Ey, ey. Ich hab's mir fast gedacht, Raffi. Das wäre der Rückpass gewesen von vorhin, ne? Danke, Raffi. Du bist der Beste. Alles gut. Alles gut. 5-0 ist aber ne Ansage, ne? Lassen wir's bitte bei der Null. Nein! Ja, nein! Scheiße! Mann! Welcher Hund hat das angesprochen mit der Null? Unlucky, unlucky. Kacho war's. Oh, Digga. Nein, nein, mein Freund. Mann! Warum nicht die erste Saison? Also, ich wäre dafür, dass wir irgendeine Straftatze machen. Sehr, sehr gut. Und wichtige Punkte heute. Sehr wichtige Punkte. Nein. Ich schwöre. Ein 6 von 9 lässt sich sehen. Also, dann holt sich den MVP. Wird auch mal Zeit. Aber alles? Ah, ich... Jetzt auch. Ah, ihr könnt raus. Perfekt. Das war sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich mach mich dann gleich mal die Screenshots. Wir hören uns, würde ich sagen, spätestens am Dienstag. Ja. Ich wünsche euch nur ein Traum. Ich war heute wichtig. Ich wünsche euch eine schöne Woche.